Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ark. In der letzten Folge haben wir die Truppen versammelt und alles gegeben, um die Rückseite unserer Armee zu beschützen sozusagen. Und jetzt müssen wir Scherichts Armee angreifen. Da ich leider nicht wusste, wie lange das dauert, habe ich hier mal einen kleinen Cut gemacht. Ja, ja, ich weiß, wir haben noch Zeit. Keine Sorge. Was ich übrigens mal kurz loswerden wollte, nur damit sich die Leute nicht wundern. Ich weiß nämlich nicht, wie das dann letztendlich aussehen wird. Jetzt stehe ich hier vor irgendeinem Bug. Ich glaube, das ist der Stein da unten. Ihr seht ja diese netten Kostüme, die man hier trägt, was so typisch ist. Ja, es ist ein koreanisches Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Was halt typisch ist für diese Art von Spielen, was auch ziemlich cool aussieht. Es gibt ein paar vereinzelte Stimmen anscheinend, die das wohl gar nicht gut fanden und gesagt haben, dass das bisschen Haut, was hier gezeigt wird, viel, viel, viel zu viel ist. Und ja, dass sie halt lieber Klamotten hätten, die nicht so sexy aussehen sollen. Kann ich persönlich absolut gar nicht nachvollziehen, weil dann sollen sie halt ein anderes Spiel spielen, wenn ihnen das nicht passt. Die Entwickler haben allerdings darauf reagiert, wollen es anscheinend jedem recht machen. Und ich wollte nur eben die Info mitteilen, die ich jetzt gestern, also am 10. September, erhalten habe, dass es in Zukunft, ich weiß nicht, ob in naher oder in ferner Zukunft, auch weitere Kostüme geben wird, die dann scheinbar etwas biederer sein sollen oder so. Ich meine, gut, man sieht den Bauchnabel, man sieht ein bisschen Haut, aber es ist ja nicht so, als ob der Chahier nackt rumläuft, deswegen zu dem Kindergarten möchte ich mich sonst nicht weiter äußern. Nur, dass ihr da Bescheid wisst, dass es da auch noch weitere Kostüme geben wird. Das Schwarzblutfeld. So. Ach so, da muss ich erst mal reingehen, wenn ich das richtig sehe. Oha, okay. Folgt dem Prinzen! Angriff! Hm. Vyraen hat mehr Truppen gebracht, als erwartet. Verräter überall, wo man hinsieht, sie werden ihre Entscheidung noch bereuen. Ha, ich werde die Gelegenheit nutzen und alle meine Gegner mit einem Schlag auslöschen. Ihr solltet euch besser bereit machen, Fürst Schericht. Ähm, da hinten. Besiege die sich nähernden Soldaten. Scheint aber jetzt doch... Naja gut, ich weiß ja nicht, was noch kommt, ne? Gibt es auch noch einen Gegner? So, 17% müssen wir besiegen. Ich denke aber mal, dass wir die dann auch... Dass wir die dann hier auch mitnehmen werden. Hier sind auch noch welche. Ich halte aber ganz schön viel auf, muss ich sagen. So. 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 Das war aber nicht besonders... Oh, das hat aber jetzt was ausgemacht. Das ist auch noch einer. Ja, aber so richtig kräftig finde ich den Angriff jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich konnte ihn ja jetzt mal gut testen. Also das R bringt mir irgendwie auch nicht viel, habst du das Gefühl? Welche Wehrwölfe? Hm. Ich hoffe, ich höre nicht wieder diesen einen Wehrwolf. Das wäre nicht so schön. So, 97% haben wir schon besiegt. Aber gut, wir müssen ja sowieso hier durch. Von daher ist das ja... Da war doch gerade noch irgendwo einer. Moment, das können wir noch einsammeln. Achso, die müssen wir jetzt gar nicht mehr besiegen. Ja, dann können wir ja mal ein bisschen schneller hier durch. Ich würde sie zwar normalerweise alle mitnehmen, auch wegen dem XP und so, aber... Ich denke mal, so viele XP werden wir dadurch wohl nicht bekommen. Der Junge, der König sein will. Ich habe schon auf euch gewartet. Und wie ich sehe, habt ihr die Rebellen aus dem Westen mitgebracht. Alle Verräter werden heute sterben. Cardougar, bringt mir Thyrains Kopf und den Bezwinger. Sehr wohl, Fürst Schericht. Keine Überlebenden! Wartet auf mich! Das scheitert, wenn er stirbt. Wartet auf mich! Wo ist er denn? Von mir rein! Weiß ja nie, wo er ist. Ich will ihn ja gerne beschützen, aber... Komm mal hier rum. Klingt ja hier nicht immer alle. Oha! 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 Beschützt den Prinzen! Zum Angriff! Oha! Gute Bogenschütze! Mein König! Wir sind hier! Wir sind hier! Folgt dem Prinzen! Doch, Angriff! Kesselfort! Gerade rechtzeitig! Wir werden siegreich sein! Wir tragen den Kampf zu ihm! Meine Majestät! Wartet auf mich! Lasst mich doch nicht immer zurück! Ich will auch Spaß haben! Ausatmen! Aaatmen! Wartet! 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 Now! Versuch! Haben wir hier noch jemanden? Nee, ne? Alle tot? Nur nicht Thyrane. Das ist gut. Verfolge den Regenten. Genau. Bleib du mal hier. Ich mach das. Oh, ich sollte mich aber vorher mal heilen. Ich weiß gerade nicht, wie hoch das geht. Aber ich glaube, ich muss mich nochmal heilen, oder? Oh, geht doch schon einiges. Wo ist er? Der Verräter. Au! Ach du Scheiße, wollt ihr mich verarschen? Du rufst mich wegen eines Streits unter Sterblichen? Halt. Dieses Schwert. Du gehörst zu Lutera. Endlich. Die Chance, mich für die Demütigung durch deinen Ahnen zu rächen. Das ist der Hüter des Bezwingers. Wo ist sein Licht? Das Schwert ist so stumpf und leblos wie du, Freundchen. Die Blutlinie schwindet. In dir steckt rein gar nichts von Lutera. Ein König muss seine Wut im Zaum halten. Ein König muss zu seinen Untertanen gütig sein. Ein König muss an sich selbst glauben. Dieses Licht. Ja, darauf habe ich gewartet. Und nun eine ordentliche Schlacht bis zum Tod. Karmine, was hat das zu bedeuten? Ich befolge nur meine Anweisungen. Das sind die Befehle von Kaseross. Aber meine Rache. Damit werdet ihr nicht davonkommen, Karmine. Ist das alles nur ein Spiel für dich, Dämon? Ja. Aber keines, das ich heute spielen möchte. Nur keine Sorge. Ich werde schon bald ein Spielfeld für uns finden. Viel Glück mit deinem wahren Gegner. Versuch nichts kaputt zu machen. Licht des Bezwingers. Nun gut. Bereiten wir diesem Spuk ein Ende. Ein für allemal. Burg Luterra. Ich komme. Wo ist das Fragezeichen? Da. Wir haben endlich eine Atempause errungen. Und all das dank dir. Es war riskant. Aber wir haben es geschafft, dank der Mithilfe von allen. Jetzt bleibt nur noch die Burg Luterra. Nun müssen wir zum Heldenwall marschieren. Wir warten bis zum Anbruch der Nacht. Dann entzünden wir ein Signalfeuer. Während wir warten, sollten wir uns vorbereiten. Wir müssen alle Vorräte an einem Ort versammeln. Ähm. Ich sammle Kampferräte und Rationen. Ja, wo soll ich den finden denn? Doch, da. Hier kommt man schneller, ne? So, einmal das. Und... Können wir Luterras Ära wieder herstellen? So, dann... Bevor wir jetzt aber irgendwas anders machen, schalten wir hier unten den Punkt erstmal ganz schnell frei. So. Wir sind einsatzbereit. Sollen wir marschieren? Nutze ermutigen, um die Soldaten aufzuheitern. Natürlich. Äh, da. Machen wir das mal nach oben. Macht ihr das denn schon? Die Nacht ist angebrochen. Marschieren wir los. Entzündet ein Signalfeuer und bereitet euch darauf vor, zum Heldenwall vorzurücken. Okay, Chef. Machen wir. Ich hab da noch was gesehen. Es tut mir wirklich leid. Aber das muss ich eben nehmen. Dann müssen wir da oben in die Ecke. Zum Heldenwall. Äh, Moment. Hier hoch. Nicht zum Heldenwall, sondern erstmal zum Signalfeuer. Ja. Okay. So. Wir haben aber sehr viele Kanonen, die sie da noch nie benutzt haben, muss ich sagen. Lieber Scholli. Wir sind unserem Ziel jetzt so nah. Leih uns deine Stärke bis zum Ende. Ja. Oh. Hatte ich vor. Entschuldigung. Ich dachte, ich bin jetzt wieder runtergegangen. So. Dann kommen wir in ein neues Gebiet, wenn ich das hier richtig sehe. Scholli. Ich bin jetzt noch. So. Ich bin jetzt noch. Ich bin jetzt mal. Dann B принci whHuh? Yo. Oh. Oh. Ich bin jetzt noch. Die Geräte sind gar nicht so doof. Du bist hier, Mondgöttin. Die Truppen des Regenten haben die Brücke angehoben. Also konnten Prinz Sirens Truppen nicht das Haupttor angreifen. Bitte klettere hinter die Außenmauern und lasse die Brücke zum Haupttor herunter. Die Belagungstürme können dort nicht lange bleiben. Bitte beeil dich und begib dich dort hoch. Und nun auf zur Burg Luterra. Die feindliche Verteidigung ist beachtlich. Um den Wall einzureißen, teilen wir uns in drei Gruppen auf. Die linke Flanke erklimmt den Westen. Muss ich jetzt nochmal mit dem... Achso, hier, okay. Vorsicht! Ich spüre eine dunkle Aura in der Nähe. Mhm. Vielleicht kenne ich das ja. Schlage die Trommeln, okay. Beeil dich! Die Mauerbrecher ziehen bald los. Es gibt irgendwie so ein richtig schönes Herr-der-Ringe-Feeling. Ich weiß auch nicht. Nur die Truppen sind ein bisschen kleiner. Kommt, Jungs. Gib mal ein bisschen Gas hier. Lass mich mal da rein. So. Theoretisch muss ich ja nicht so viel machen. Ja, dann lass mich doch auch mal was machen. Der Beschuss wird heftiger. Geht es so weiter, sind die anderen Mauerbrecher gefährlich. Wann, das sind alle? Ja, ne? Ja, ist auch weg. Kann ich jetzt hier... Ich würde kurz sagen... Kann ich das hier auch mal weiter machen? Ich glaube, das reicht mir nicht so. Leute, nein! Veräppelt mich nicht! Ich wollte gerade durch die Truppen durch. Och, das ist euer Ernst. So, weiter geht's. So, ich störe mich schon mal vor. Ihr macht den Rest. Wir müssen Prinz Feuren Bescheid geben. Worüber macht ihr das? Monster-Mäuchterin. So, Moment. Das ist ein guter? Okay. Kommt, Jungs, weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Vertäuschen. Ja. Darf ich? Kann ich? Macht den mir mal auf, bitte. Perfekt. Ihr seid ja doch sowas zu gebrauchen. Sehr schön. Das ist so gefährlich ruhig. Sowas mag ich gar nicht. Wahrscheinlich kommt jetzt hier irgendwie eine Truppe. Mach das doch gerne alleine hier. Kein Thema. Achso, besiegen die Soldaten. Okay. Okay. Das ist so gefährlich. Okay. 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 Ich kümmer mich drum. Wenn ich weiß, wie ich hier runterkomme, heißt das. Ich kenne so gut aus. Springe einfach, genau. Juhu! Ja. Ich? Ich mache sowas ständig. Kommt, Jungs, versammelt euch mal ein bisschen, dann macht das Ganze mir Spaß. Äh, besiegt die Magier. Achso, da sind zwei Magier noch. Guck, guck. Das hat eine Überraschung. Guck! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich frage mich ja immer, wer das dann nachher wieder alles aufbauen muss. Erst machen sie alles kaputt und dann müssen sie wieder alles aufbauen. Ehre dich gegen Fallen, oh ja. Wir erledigen das hier. Ihr müsst scherrecht hinterher. Okay. Machen wir. Gesundheit, Epi. Falls ihr das hören konntet. Ich glaube, der hat gerade das ganze Haus zusammengenäßt im Hintergrund. Oh, ist das euer Ernst, dass ich jetzt hier komplett hochlaufen muss? Leute. Kann ich hier reiten? Ne, schade. Es kann sich dann nur noch um Stunden handeln, bis diese Folge beendet werden kann. Warum? Ja, weil wir immer gerade auslaufen mussten und nichts passiert. Oh je. Okay. Nenix ist hier noch vieles im Takt. Gewinner am Heldenwall. Okay, das kommt wahrscheinlich dann noch nach. Oder? Besiege Alifa. Wer war jetzt Alifa? Oh. Ich will es gar nicht wissen. Können wir nochmal zurückspülen? Achtung! Der ist groß und nicht besonders wendig. In Ordnung. Ich überlasse das dir. Ja, danke. Hallo? Ich hätte es lieber gehabt, wenn du das machst. Oh, oh. Nein. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Verdammt. Einmal was Falsches gedrückt. Einmal was Falsches gedrückt. Nein. Ich konnte nicht richtig anvisieren. Das war etwas anders geplant eigentlich. Aber er bewegt sich ja nicht. Der ist ja zu faul. Mann. Komm, spring nochmal. Spring nochmal. Junge. Komm. Jetzt brauchen wir springen. Jetzt ist vorbei. Oh. Das ist bei einem großen Radius. Lau. Geht doch. Äh. Ich wollte gerade sagen, wir stand jetzt hier gerade so komisch. So. Kann man das noch einsammeln hier? Ne? Das ist mein Begleiter-Tierchen eigentlich. Die soll doch eigentlich alles einsammeln. Okay. Auf zum Endgegner, schätze ich mal. Ähm. Achso. Der letzte Kampf. Ich hoffe, es wird nicht der letzte für mich sein. Okay. Okay, ja. Ich bin der wahre Anführer, den Loterra verdient hat. Es gehört mir! Leg deine Waffen nieder, Schericht. Gib auf. Es ist vorbei. Das sind Dämonen-Kräfte. Du hast deine Seele verkauft. Verkauft? Nein, Thyren. Ich habe diese Macht genommen. Menschen. Dämonen. Dämonen. Ich herrsche über alle. Erlaube mir, meine neuen Kräfte vorzuführen. Du bist noch hier. Du verschwendest nur deine Talente an ihm. Wie wäre es? Wirst du dem wahren König von Lutera die Treue schwören? Ja. Aber dir nicht. Also. Ich darf jetzt nichts Falsches drücken. Äh. Widersetzen. So sei es. Wenn du mit Thyrain sterben willst, erfülle ich dir den Wunsch. Ich werde es genießen, dich zu töten. Ich muss mich erst mal kriegen. Ich werde es genießen, dich zu töten. Geh raus, Mann. Ja, genau. Bloß nicht springen, bloß nicht ausweichen. Wo ist er? Das sieht ihn gar nicht richtig, gerade. Ja. So spät brauchst du es jetzt auch nicht mehr machen. Was will der mal mit dem Schwern? Ich bin der König. Du hast Scherich tatsächlich bezwungen. Beeindruckend. Karmein. Öffnet das Portal. Meine Güte. Da ist aber jemand ungeduldig. Ja, oder? Viel Spaß, Meister Valtan. Warum ist der Träger des Bezwingers schon verletzt? Was ist hier passiert, Karmein? Verzeihung, Meister Valtan. Ich weiß, dass ihr eure Rache wolltet. Aber diese Person tötete Scherich. Ihr Tod sollte ein Vergnügen sein, oder? Ernsthaft? Das ist nicht das, was ich wollte. Aber nun gut. Doch wenn du mich noch einmal störst, bist du mein nächstes Opfer. Verstanden. Tobt euch ruhig aus. Ist das jetzt euer Ernst? Lauf bloß nicht. Kein Klima. Ja. Ich vermute dich. Ja. 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 Und jetzt brauchst du es auch noch mal machen. Oh, komm. Ich weiß ja, dass du es mit dem Ausweichen nicht so hast. Ja. Ich weiß ja, dass du immer die falschen Tastenbrücke machen kannst du das nicht besser. Ja. 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 Ich erledige dich mit einem Hie... Mach es noch spannender für mich, genau wie es einst Loterra tat! Du bist eine fähige Kriegerin, aber ich spiele nicht länger herum! Halt! Der Kampf gehört mir! Bezwinger! Ich habe mich schon darauf gefreut! Delaine! Delaine! Deine Halbblutkraft verblasst im Vergleich! Farin! Es ist noch am Leben! Ja, aber du hast meinem Kommandanten einen heftigen Schlag verpasst! Der Bezwinger trägt seinen Namen zurecht! Karmein! Und jetzt kommt der Moment, auf den ich gewartet habe! Karmein! Karmein! Verräterische Abschau! Was tust du? Ja! 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 Das ist also die Macht eines Legionskommandanten! Überwältigend! Warum die langen Gesichter? Wir haben doch heute bekommen, was wir wollten! Oder? Genießt euren Sieg, Helden! Vorerst! Was kann dieser Dämon nur vorhaben? Wie dem auch sei, unser großer Krieg scheint vorbei zu sein. Endlich wieder zu Hause. Eure Majestät! Geht es euch gut? Wo ist Schericht? Schericht ist tot. Eure Majestät! Ihr müsst sofort den Tauern für euch beanspruchen! Das ist nicht der Ort, an dem ich jetzt sein sollte! Ja, und diese ständigen Störungen im Hintergrund, ich glaube, hier fangen sie gerade an zu bohren. Ich weiß nicht, warum das hier gerade so laut ist. Ich kann mich wirklich nur entschuldigen, weil es hat mir keiner gesagt, dass irgendwelche Arbeiten stattfinden sollen. Wir gehen erst mal raus. Was war das? Nicht mal eben einen Schluck trinken darf man hier, da geht es hier schon wieder weiter. Erobere den Thron zurück. Wir können später trauern. Nachkommen von Lutera. Der Kampf ist vorbei. Doch seht euch um. Viele sind in der Schlacht gefallen. Der Heldenwald ist blutrot. Papa! Wir müssen uns erinnern, wofür wir gekämpft haben. Wir kämpften… Opa! … für unsere Familien und für eine bessere Zukunft für unsere Kinder. Also erhebt eure Köpfe voller Stolz. Dies ist Luterra, das Königreich der Ritter. Dieser Ort ist ein Teil eines jeden Einzelnen von uns. Lassen wir unsere stolze Geschichte wieder auferstehen. Unsere Entschlossenheit wird niemals ins Wanken geraten. Wir nehmen das Erbe unserer Vorfahren an. Wir werden das Königreich der Ritter in neuer Pracht erstrahlen lassen. Ja! 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 Seht her! Das Licht, das ihr wieder entfacht habt. Ja! Ein neuer Tag bricht an. Ja! Juhu! 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 Lutera ist sicher, und das haben wir allein dir zu verdanken. Dafür will ich dir meinen tiefsten Dank aussprechen. Ich, König Thyrain, verkünde, dass du in Anerkennung deiner Taten als Königsritterin und Wächterin von Lutera im ganzen Land bekannt sein sollst. Es lebe die Ritterin des Königs! 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 Okay, es sah etwas seltsam aus, wie sie da gerade rausgelaufen ist. So dieses komische Winken und so. Ja, nun sind wir die Ritterin des Königs. Ich muss über einiges nachdenken. Kann ich mit dir auch noch sprechen? Nee. Vielen Dank. Ohne euch wäre das unmöglich gewesen. Nun bin ich dran und werde euch allen helfen. Amel hat ein paar Informationen in einem alten Dokument in den königlichen Archiven gefunden. Die Siegel des Schwertes und des Adlers, die du suchst, sind der Schlüssel zum Öffnen der Tür zum Grab unseres ersten Königs Luterra. Niemand weiß, wo sein Grab mal ist, aber vielleicht können dir die Nachfahren von dessen Architekten Nahun weiterhelfen. Sie leben östlich von hier, in einem Land, das Nahun als Bezahlung erhielt. Dort verweilen auch Scherichs verbleibende Unterstützer. Apropos, es heißt Scherichs Sohn, Bärhard versteckt sich dort. Wenn du dich mit Nahuns Nachfahren triffst, könntest du dann auch nach ihm suchen? Ich werde das Siegel des Adlers für dich bereithalten. Bevor du losziehst, lass mich dich noch um einen Gefallen bitten. Ich bitte übermittle meine Anfragen für den Wiederaufbau Luterras an alle anderen Burgen. Alle anderen in der Burg. Es gibt noch jede Menge zu tun. Ja, das ist richtig, aber wir werden erst noch mal kurz die Fertigkeiten, sechs Punkte. Also mit dem hier bin ich ja nicht so wirklich zufrieden. Kälte will er sich vor... Gegner neunmal. Achso, neunmal insgesamt. Okay, also so wirklich, wirklich gut finde ich diesen Angriff ehrlich gesagt nicht. Deswegen lasse ich den jetzt mal außen vor. Den könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen stärker machen. Oder haben wir noch einen anderen, den wir bräuchten? Haben wir irgendwas freigeschaltet? Erzeugt an der Position mehrere Eispfeile. Oh, Moment, das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Äh, mehrere Eispfeile, die insgesamt Wasserschaden anrichten. Würde ich sagen, hauen wir da doch einfach mal die ganzen Punkte rein. Und probieren wir denen doch mal aus, anstelle von diesen anderen. So. So, ähm, da klicken wir jetzt noch eben drauf. Wir haben noch ein Schreiber Theos Einladung. Begibt sich nach Burg Luterra. Ist auch ein Ratgeber-Quest. Okay, nehmen wir mal an. Und, da wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde in dieser Folge verbracht haben, weil es halt wirklich ein sehr großer, sehr langer Angriff war, machen wir hiermit jetzt erstmal einen schnellen Cut und sehen den Rest unseres Abenteuers in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.